Hey Leute und herzlich willkommen bei DSO. Ja, in dem Video geht es um eine Leggy-Seite und natürlich anfangs wieder so eine Ordnerei, die mir vorbesteht. Diesmal sind es gar nicht so viele Ringe. Amulette auch relativ wenig, drei Stück. Waffenzieher, 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 Waffenzieher. Haben wir jetzt auch glaube ich alle. Hier unten sammeln sich so langsam die Zweihand-Äxte. Dann kommen die vier Gürtelmaier hoch und Schuhe, Handschuhe hier hin, das hier hin, Handschuhe wiederum hier hin, Schuhe nach oben und so sind wir im Prinzip jetzt schon fertig am Ende. Dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier so schönes dabei rauskommt und fangen mal mit den Ringen natürlich an, an erster Stelle. Gruppennamen hatte ich jetzt gar nicht gelesen bei dem Typ. Aha, 30 Prozent Gritschaden. Naja, kann man auch mal aufheben. Wie gesagt, ein Gritschaden-Amulett ist manchmal nicht so schlecht. Dann 847 Gritschaden. So, was hat das andere Amulett drauf? 866. Ist natürlich, besser. Gucken wir mal weiter. Jetzt sind wir bei den Gürteln angelangt. Okay. Jetzt bei den Handschuhen. Jetzt bei den normalen Schuhen. Okay. Dann jetzt bei einem Schild. Naja, fehlt Blockwertung. Blockstärke ist ganz nice. Dann die beiden Wämmse. Nichts besonderes. Die Einhand-Axt auch nicht besonders. Zweihand-Axt. Nö. Ja, die ist relativ stabil. Hat aber leider nur zwei Slots. Und, ja gut, so eine ist halt besser, wenn man noch Crit benötigt nach oben. Aber da fehlt halt, wie gesagt, so ein bisschen der Waffenschaden geht höher und der Schaden an sich geht auch höher. Und hier wieder mal so ein Beispiel von viel Crit, was ziemlich unnötig ist. So, dann tun wir das alles mal wieder einklüfen. Und... Genau. Ja, das Amulett, sage ich mal so, das ist dann am Ende... Wahrscheinlich nicht allzu schlecht. Also sowas ist schon nicht schlecht, wenn man 80 Crit-Schaden hat. Ähm... Attack-Speed fehlt natürlich dann immer wiederum an der Stelle. Das wäre halt noch immer mit da zu bedenken. Und... So krass geht das Leben gar nicht hoch. Trotz des Lebens-Amuletts, wenn ich es denn mal wieder finden würde. Ah ja, hier. Genau. Ja, gut, um 2000 geht das Leben halt hoch. Aber da kann man sich echt auch noch mal mehr vorstellen. Die Frage ist jetzt, ähm... Wo wir das denn am besten mal hinpacken. Taijats Kriegsarmschienen kann man zum Beispiel mal einschmelzen, weil die eh keiner benötigt. Somit hätten wir im Prinzip schon wieder Platz dafür gefunden. Genau. Gut, Leute, das wäre es mit dem Video. Bis dahin. Tschüss, euer Zadas.